Glauben Sie denn, dass es Männerfreundschaften geben kann in der Politik? Es soll sogar die Ehe für alle geben. Was soll es geben? Die Ehe für alle soll es sogar geben. Auch in der Politik? Zwischen unterschiedlichen Parteien? Der Gesundheitsminister könnte ich mir vorstellen, wenn er den richtigen findet, dann geht es auch in der Politik. Macht es Ihrer Meinung nach einen Unterschied, ob eine Frau die Fastenpredigt hält oder ein Mann? Da mache ich keinen Unterschied, weil es gibt genauso gute Männer wie gute Frauen. Und wir haben auch dieses Mal, glaube ich, eine sehr gute Wahl hier zu erwarten, nämlich der Schafrott, der das sehr schön machen wird. Die Louis hat das auch sehr wunderbar gemacht und wir können zufrieden sein, dass wir aus vollem schöpfen können, gendermäßig unbehelligt von wenig oder viel. Dankeschön, schönen Abend wünsche ich Ihnen.